Gemeinsam den Informatikstandort Pongor nachhaltig stärken. Dieses Ziel vereint Land, Wirtschaftskammer, Landesschulrat, Industriellenvereinigung und heimische Unternehmen. Die neue Informatik-HTL in St. Johann bietet eine fundierte Ausbildung in allen Bereichen der Softwareentwicklung an. Diese Ausbildung wird in den Räumlichkeiten der HAC St. Johann geführt und startet mit 36 Schülerinnen und Schülern. Früher hatten wir die Handelsschulklassen immer parallel, jede Klasse, da sind drei Klassen weggefallen und die konnten wir nutzen jetzt für die HTL-Klassen. Zusätzlich hat ein Umbau zwei weitere Klassen gebracht und damit haben wir also die Mechatroniker untergebracht und wir bemühen uns mit Wanderklassen und dergleichen mehr auch die IT-HTL-Klassen unterzubringen. Geografisch gesehen ist ja St. Johann eigentlich ungefähr der Mittelpunkt vom Bundesland Salzburg und mich freut es schon sehr, dass im südlich des Bas Lueck dieser Standort geschaffen worden ist. Erfreut ist auch die Wirtschaft. Ja, es ist sehr erfreulich für die Wirtschaft, dass ein so dynamischer Bezirk wie St. Johann jetzt auch eine entsprechende Ausbildung in Informationstechnologie erhält und ich bin sehr froh darüber, weil wir die Fachkräfte oder die kommenden Fachkräfte hier in diesem Bezirk auch dringend brauchen. Unterstützt wird diese Initiative auch von Eurofunk Kappacher und zwar mit 40 hochwertigen Laptops. Für uns ist wichtig, dass wir einfach aus der Region Leute bekommen, begeistern können für die Technik, dass wir regional das unterstützen können, ein tolles Angebot in technischen Berufen, in der Informatik anzubieten und zu unterstützen können. Das ist für uns ganz klar und ich glaube für alle Branchen einfach ein wesentlicher Nerv in der Zukunft sein wird. Wir haben einen enormen Bedarf an Informatikern und die digitale Entwicklung schreitet natürlich massiv voran. Das ist schlicht und einfach die Zukunft und es ist ein interessantes Berufsfeld. Die Wirtschaft sucht händeringend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wir haben mit der IT-HTL in St. Johann die erste derartige Schule in Westösterreich. Auch die HAC startet mit einem neuen Zweig, der HAC Digital Business. Diese Ausbildung kombiniert perfekt Wirtschaft und Informationstechnologie. Kurz gesagt, IT macht Schule in St. Johann. Kurzschreie. 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 Kurzschreie.